so leute da sind wir wir gehen jetzt mit Laris, der übrigens auf einmal wieder da ist gehen wir jetzt einen extrem langen Weg zu dem Untergrundlabor der Wassermagier ja da bringen wir dann das Ornament zurück danach müssen wir die anderen Ornamente holen ja ich glaube das erlasse ich euch mal alles hier dass ich jahrelange laufe so ja hier kann es gefährlich werden deswegen ja snapper die sind ganz nett deswegen schalte ich mal wieder rein klar o ok nichts genau so will ich verändern oh god Prozent Prozent von Lachstuhr Prozent Prozent Köln Kölner so weiter geht's wir dürften jetzt eigentlich da sein die Jürgen sind wir auch. So, hier ist die Höhle. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwenn. So, jetzt müssen wir noch einen kleinen Weg durch diese Höhle gehen. Oh, Ratten. Richtig heftig. Ich kill den Ratten, die anderen rennen. Ne, das sind die... Oh, Mann. Blöde Viecher. So, da vorne kommen gleich zwei Skelettgoblins. Vor denen heilen wir uns mal lieber. Die sind nämlich nicht gerade sehr freundlich. Oh, komm schon. So, ich hoffe mal, dass ich die hinkriege. Ansonsten muss ich schnell durchrennen. Bevor die mich umnäten. Oh, ich bin zu weit entfernt. Gehen wir halt auf den A-Kampf? Oder haben wir noch irgendeinen Zauber hier? Äh, nein, wollen wir nicht. Licht. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, okay. Einzelne am Locken, das ist gut. Oh Gott, zu viel. Okay. Weg, 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 weg. Oh Gott. Oh Gott. Ja, jetzt kommt der zweite. Schlecht, 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 schlecht. Komm schon, unser Turas. Diese Turas. Help me. Hey. Oh, haut drauf. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh, really. Ach, drei Stück. Oh Gott. Hau doch in den Feuerball drauf. Brav. Hier sind noch zwei. Ja, hallo. Nicht blöd rumstehen. Einer noch. Komm schon. Fuck. Oh Gott. Puh. So, da wären wir. Bist du denn von Sinnen? In diesen Gewölben ist es zu gefährlich. Aber sag glaube ich. Ja, ja, ja. Ich frag mich grad, ob man das sehen kann. Hier soll eigentlich ein Video kommen. Vom ersten Teil, wo ich das ganze magische Erz, was die früher gesammelt haben, die Macht entziehe. Deswegen sind die Wassermageln alle wütend auf mich. Ich hoffe mal, dass man sieht. Und wenn nicht, ich hab's grad erklärt, was abgeht. Und ich drück jetzt mal. Ich drück jetzt weg. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen. Yo. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ja, just for fun, ne? Euer Plan hätte sowieso nicht funktioniert. Die Barriere mit dem Erzhaufen zu sprengen, ist der größte Unfug, den ich je gehört habe. Ihr hättet euch am Ende damit noch selbst in die Luft. Das ist doch der Gipfel. Wer, wenn... Ja, ja, ja. So, ich bin mittel, ich gehör jetzt zum Ring... Wie ich sehe, trägst du die Rüstung unserer Kinder. Und ich erkenne... ... DUS STRUCH. Und... Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ja, ist das unnötig? Willst du nur dieses scheiß Ornament abgeben? Super. So. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Das Portal zu öffnen. Was macht ihr hier unten? Das Portal zu öffnen, schlauer Typ. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abziehen. Soll ich gleich einem anderen die Nachricht überbringen? Und da würdest du gleich um die Ecke stehen. Da steht er auch schon. Oh. Hey, du. Manche Leute haben echt einen Scheißnamen. Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht... Ich weiß... Satoras wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. So. Hier gibt es ein Portal, das direkt vor die Stadt führt. Und wenn ich da durchgehe, dann lande ich direkt vor nem Ork. So. Und dann muss ich ganz, ganz schnell wegrennen. Ja. So. Wo ist der Typ? Typ, Typ. Typ. Typie. Oh. Das müsste er sein. Jep. Hey. Das ist doch schon lange bekannt. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach... Ach, ich weiß nicht, wie die anderen sind. Die solltest... Eins habe ich schon. Die anderen zwei weiß ich auch. Wegen der fehlenden Ornament... Ja? Wie viele waren... Oh. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt. Ach so. Na. Das war doch schon vorher klar. Oh. So. Glaube. Jetzt müssen wir noch mit jemand anderem reden. Irgendeiner von denen hier... Gib mir den Schlüssel, damit ich ins Portal reinkomme. Ich hab mir das schon gedacht. Ich hab was anderes zu können. Ne, der bringt mir nur bei, wie ich die Steintafeln lese. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Kann ich... Du... Ey. Kann... Kann... Kauft er mir das? Ah. Das Goblins Gelöck. Kann man immer mal gebrauchen. Kauf ihm einfach. Ja. Ein paar Tränke. So. Okay. Der ist auch nicht. Dann dürfte das jetzt der sein. Äh. Eie. Ja. Das müsste es sein. Ähm. Jupp. Jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt können wir da vorne durch die Tür. Da hinten. Und dann müssen wir flüchten. Das war ziemlich schnell. So. Okay. Erstmal heilen. Nur Kleinigkeit. Okay. Das ist sehr klein. Das dürfte genügen. Ich speichere nochmal. So. Mal schnell rein. Na. Ork. 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 Und noch ein Wolf. Ja. Oh Gott. Ork. 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 Okay. Der Ork. Ist da hinten stehen geblieben. Hoffe ich. Oh. Oh. Komm her. Mistvieh. Ein Mistvieh weniger. So. Dann machen wir mal Schluss hier, ne. Bye. Bye.